So, Marie, jetzt haben wir schon das erste Resultat gesehen und hier sind deine Fotos. Germany's Neck Topmodel, Digga! Das ist ein Scheiß. Ah, Mensch, Scheiß! Jetzt mach mal hin! Ne, ne, ich kann kein Himkos. Ich habe überlegt, wir können vielleicht auf eine kleine Venis abstehen. Wir können mit den Passage gehen oder so. Wer war das? Germany's Neck Topmodel! Ich habe auch ein paar schöne Outfits mitgebracht. Hey, tun wir ein bisschen anprobieren! Schmicky schmicky machen! Und dann gehen wir ein bisschen auf eine Venisage! Ich bin ganz schön, dass Heidi jetzt da ist und ein paar Sachen mitgebracht hat. Geh mal auf die Venisage! Ja! Und ich grüße mein Schwiegersöhnchen auf jeden Fall! gut, dass du meine Tochter geheiratet hast! Mein Name ist Gudrun Manson! Und ich komme aus... Ich lebe in Batalo... Kinetti! Kin-kinetti, Digga! Chin-chi-anti! Nein, nein! Ich bin... Schau mich an! Ich bin... Ich bin so nüchtern... Wie ein Hund! Und wenn die hier mal eben bei uns so beischaut und uns ein paar Tipps gibt... Und wenn die hier mal eben bei uns so beischaut und uns ein paar Tipps gibt...